Herzlich Willkommen bei S21-BauTV. Wir sind heute beim zweiten Teil der Baustellenbesichtung am Tag der offenen Baustelle. Und zwar machen wir heute den Bereich im Süden. Wir sind ja gestern hier vom Turm reingelaufen und dann nach, von uns aus gesehen rechts, haben den Nordsteil begutachtet. Den ganzen Bereich hier hinter dem WLAN-Bus, der einfach symbolisiert, wie die S-Bahn ausgestattet wird mit WLAN. Ja, und jetzt geht es weiter in Richtung Süden. Also einmal schwenken, was ihr natürlich immer könnt. Ihr könnt ja in alle Richtungen schwenken, aber ich wollte einfach mal die Richtung zeigen. Und der Jochen ist auch wieder dabei. Jochen zeigt doch mal innen die Punkte, die wir angehen wollen. Also wir sind jetzt bei Punkt 4. Und gestern sind wir bei 5 reingekommen. Also nächste Haltestelle würde ich sagen, die 8. Das ist ja das... Grundwasser-Management. GBM, genau. Grundwasser-Management. Wieder gut vorbereitet. Natürlich. Ich weiß nicht, ob wir da was sagen wollen, aber jetzt laufen wir einfach mal in die Richtung. Wenn wir Glück haben, können wir reinschauen. Zu viele Leute da. Sehr gerne sehen. Also mich würde ja die Kirchstütze viel mehr interessieren, als das Grundwasser-Management. Hier laufen wir gerade am Unterhaupt des Dürkers vorbei. Und zwar Dürker-Kannstatt der Straße. Und an der Höhe kann man schon ein bisschen abschätzen, wie hoch hier das Bauwerk in Zukunft sein wird. Hier sind wir schon am Eingang vom Grundwasser-Management vorbeigelaufen. Und hier stehen sie eine Stunde an. Das heißt, wir gehen weiter. Wir gehen weiter. Wir gehen zum Bagger. Ich glaube, das Grundwasser-Management kann man sich auch über die Bilder, die es im Internet gibt, gut angucken. Jetzt gehen wir erst mal zum Bagger. Es wird interessanter. Ich nehme an, es ist wieder eine Aktion, wo dann ein Kind mit auf den Bagger darf und darf ein bisschen steuern. Warum darf ich nie? Musst du dich auch anstellen, Sio. Ich bin so einfach. Hast du mich jeder auf den falschen Bus erwischt? Dann gehen wir zum Muster-Kennstutz. Das ist nichts. Das ist nichts. Dann gehen wir zum Muster-Kennstutz. Das ist nichts. Hier ist eine Station. Die Bauarbeiten von morgen werden schon eingearbeitet. Lass uns mal hier bei der Stadt ausgehen. Ja, hier sieht man das noch nicht ganz fertiggestellte Gerüst. Das müsste hier der Medienkanal sein, also die Armierung dazu. Die Schalung von der Grehstütze und man sieht natürlich auch die Armierung, die aus der Außenwand raus steht. Das heißt, die erste Betonage der ersten Grehstütze, der oberen Teil der Grehstütze, wird dann direkt verbunden mit der Außenwand. Wie bereits gestern erwähnt, ist es ja so, dass die nicht alleine stehen kann, sondern dass sie dann so lange, bis sie mit den anderen drei Stützen verbunden ist, noch abgespäßt wird. Hier sieht man auch die einzelnen Betonage. Wir sind hier unten in dem Bereich. Das ist ja die erste, die an der Außenwand ist. Die wird jetzt zuerst betoniert. Das Lichtauge. Das ist ja die Spur. Die Stütze. Das ist wirklich stark. Die Stütze. Die sind die Stütze. Die Stütze. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, hier sieht es jetzt ganz anders aus als noch vor einigen Wochen. Hier sehen wir den Stegteil auf der linken Seite und über dem Baufeld ist der Steg komplett abgebaut, sodass das nächste Baufeld eröffnet werden kann. Und direkt in diese Richtung sehen wir den den Übergang, der immer als Baulogizikstraße benutzt wurde, den Übergang über den Nesenbach-Düker. Jochen, schaust du mal wieder auf den Plan, ob wir erst nach links gehen? Also, wir können das allerdings auch, wir sprechen drüben an dem Schaubild. Wir können den großen Weg gehen. Also, wir laufen hier außen rum, laufen zur 12, zur Haltestelle Staatsgalerie, und dann zur 13, zur Baugrube 2. Auf jeden Fall. Nur noch an die Ecke, einfach einmal einen Blick. Nur noch an die Ecke, einfach einmal einen Blick. Die Ecke, einfach einmal einen Blick. Der Juchtenkäfer ist auch noch da, den wollen wir nicht besuchen. Ja und diesen Teil haben wir auch schon öfters gefilmt, da kommt der Nesenbach dann wieder aus dem Untergrund nach oben, wobei er natürlich immer noch in der Erde bleibt. Hallo. 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 Wir können hier wunderbar die Armierung der Seitenwände sehen, mit der eingeleiteten Krümmung, die dann ins Dach übergeht. Wir können hier in der Nähe des Dach. Die Kirche ist in der Nähe der Kirche. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, hier sieht es jetzt ganz anders aus als noch vor einigen Wochen. Hier sehen wir den Stegteil auf der linken Seite und über dem Baufeld ist der Steg komplett abgebaut, sodass das nächste Baufeld eröffnet werden kann. Und direkt in diese Richtung sehen wir den Übergang, der immer als Baulogizikstraße benutzt wurde, den Übergang über den Nesenbach-Dürker. Jochen, schaust du mal bitte auf den Plan, ob wir erst nach links gehen? Wir können das allerdings auch besprechen drüben an dem Schaubild. Wir können den großen Weg gehen. Also wir laufen hier außen rum, laufen zur 12, zur Haltestelle Staatsgalerie und dann zur 13, zur Baugrube 2. Auf jeden Fall. Nur noch an die Ecke, einmal ein Blick. Und dann sehen wir den Stegteil auf den Schaubild. Der Juchtenkäfer ist auch noch da, den wollen wir natürlich besuchen. Ja, und diesen Tag. Den Teil haben wir auch schon öfters gefilmt. Da kommt der Nesenbach dann wieder aus dem Untergrund nach oben, wobei er natürlich immer noch in der Erde bleibt. Und dann werden wir auch schon wieder in der Erde gebraucht. Und dann werden wir uns auch noch in der Erde gebildet. Und dann kommen wir auch noch in der Erde mit den Schaubild. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir können hier wunderbar die Armierung der Seitenwände sehen. Mit der eingeleiteten Krümmung, die dann ins Dach übergeht. Vielen Dank. 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 Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschau. 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 Tschau.